Und willkommen zurück bei Alan Wake Gefahr in der Holzhütte und wir steigen direkt weiter. Äh, ein, ja. Okay, ruhig. Oh. Oh, Batterien. Sehr geil. Und noch was anderes. Ne, zweimal Batterien. Okay, ich glaube nicht, dass uns so ein Helm schützt, aber... Während Ihres Aufenthalts empfehle ich Ihnen... Oh, das ist der neuste Trend. Ja. Voll die Zeitwache, Bright Falls, die kann... Hallo? Hallo? Oh, ich bin einer Klappe. Das war klar. Nicht gut. Ja. Scheiße. Okay, jetzt ist er offen, oder? Hallo? Was? Wie? Au. Alter, da haut er die Hütte einfach weg. So ein Sack. Kommt er hier durch? Ja. Es gab noch mehr davon. Ja, super. Oh, da ist Strom drauf. Ah. Boah, ich bin so gewohnt, mit Leertaste zu hüpfen. Äh. Toll. Okay. Du hast ja auf, dagegen zu treten, du Affe. Der dunkle Wald war der letzte Ort, an dem ich sein wollte. Aber ich hatte keine Wahl. Ich musste zur Tankstelle. Okay. Wir siegen es erst mal so. Pam. Mein Schädel brummte furchtbar. Meine auch. Außerhalb eines Schießplatzes hatte ich noch nie geschossen. Und jetzt hatte ich jemanden getötet. Oder etwas. Es gab keine Leichen. Sie waren einfach weg. Wenn es ein Traum war, war er schmerzhaft real. Ach. Ich hätte jetzt auch einfach hier drüber gehen können, weil mein Tritt hat funktioniert. Okay. Und ich sehe gerade, auch ohne Licht regenerieren wir langsam. Und da hinten leuchtet noch irgendwas. Vielleicht nochmal Munition. Das wäre nicht schlecht. Ist hier sonst noch was? Okay. Aber wir können es merken. Wir brauchen nicht immer Rechtsklick machen für diese Taschenlampe. Weil es kostet einen Haufen Energie. Und es hat auch so geklappt. Ach. Echt jetzt. Toll, dass ich das jetzt sehe. Guck mal hier. Oh. Ein Pfeil. Noch ein Pfeil. Das ist so Lichtfarbe, nenne ich es mal. Da. Was ist da? Das Licht meiner Taschenlampe enthüllte schaurige Graffitis. Jemand hatte in ihrer Nähe eine Kiste versteckt. Okay. Oh. Sehr schön. Das kann man gut gebrauchen. Sehr geil. Ist da sonst noch was? Ich meine, man hört ja dieses Schnaufen. Oh. Schon sehr, sehr gruselig. Okay, wir gehen weiter. Schnauze voll hier. Das war's mit Sicherheit noch. Ach. 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 Hier, guck mal hier. Taschenlampe. Du Sack. Hier fehlt die Nachkampfwaffe. Ganz ehrlich. Warum soll ich mit Pistolen auf ihn schießen, wenn er doch eh ausgenockt ist? Ist echt schade, dass das hier nicht geht mit irgendwelchen, was weiß ich, Fäusten oder sowas. Aber jetzt werfen die auch schon extra, ey. What the fuck? Was hat das mit dieser Frau auf sich? Was zum Teufel war das? Ja, gute Frage. Ich frag mich hier so einiges. Als ich unten den Fluss sah, machte irgendetwas in meinem Kopf Klick. Ich erkannte, dass ich ihn überqueren musste. Ich wollte das Wasser nicht einmal ansehen. Okay. Okay. Da hab ich mir echt ein lustiges Spielchen rausgesucht. Da hinten. Lauf ich überhaupt richtig? Oh. Wo ist er? Stucky war immer noch dort draußen. In der Dunkelheit. Er verfolgte mich. Jetzt die Batterien. Warum auch immer hier Batterien liegen, aber das soll mir recht sein. Uh. Wow. Okay, jetzt ging es gerade nicht anders. Jetzt musste ich einen Rechtsklick machen. Komm on, ladt nach, ladt nach. Was ist dran? Okay. Das war echt harscharf. Die sind echt flott unterwegs. Aber es hat mich zum Glück nicht ganz so viel Batterie gekostet. Und hier liegt schon wieder was. Ah. Okay. Was Unnütziges. Komm ich hier hoch? Wie weit hast du denn? Ah ja. Ah ja. Klappt. Mehr oder weniger. Okay. Da hast du da Leuchtfarbe. Ähm. Ich folge ihm mal. Also Kisten sind ja noch ganz nett eigentlich. Hier hoch. Okay. Oh, das ist eine Hütte. Ah, wahrscheinlich ist das hier der Sinn dieser Pfeile. Ich hoffe, der führt uns jetzt nicht zu Gegnern. Ich bin echt ein bisschen, ein bisschen nervös. So, was haben wir hier nochmal? Weitere Batterien. Boah. So viel gleich. Geil. Acht im Stück. Noch freue ich mich. Wahrscheinlich ist es später so, dass wir gar keine mehr haben. Häppah. Häppah. Alter. Müssen wir hier irgendwie das Ding hier bewegen? Wahrscheinlich bewegt sich das Ding nachher selber. War mein Pech. Okay. Das sieht alles nicht ganz so nett aus. Was sind wir denn hergekommen? Wir sind von da gekommen. Also gehen wir jetzt da lang. Bevor er hier wieder die Puste ausgeht. Laufen wir mal lieber gemütlich. Die Treppe sieht aus wie die aus uns im Traum. Oh, sorry fürs Gequietsche hier. Mein Stuhl ist da manchmal ein bisschen problematisch. So, was haben wir hier? Emergency. Uh. Und noch mehr Munition. Ah, scheiße. Warte mal, wir können nochmal nachladen. Zwei Schuss. Ah, geht trotzdem nicht. Okay. Treppe kaputt. Kontrollpunkt erreicht. Es gab keinen Strom. Irgendwo beim Holzlager musste ein Generator sein. Ja, wahrscheinlich da hinten. Na, wen wundert's? Drei auch noch. Okay. Ich strahle mal hier irgendwen an. Ah, das ist ein Baumstamm. Dreck. Dreck, Baumstamm. So, das ist ja der ganz langsame hier. So, mein Freund. Na? Ba-da-bum. So. Da müssen wir ja eh wieder hin. Die Munition holen wir gleich. Okay, also ich hätte nicht gedacht, dass das doch so actiongeladen ist. Ich, ich, ich dachte eigentlich so eine Mischung. Eine gesunde Mischung. Unter der Waldabreiter Ausrüstung musste etwas sein, womit ich nach oben kommen würde. Ach, linke Taste. So, einmal. Zweimal. Upsala. Dreimal. Viermal. Geht doch. So, sagen wir hier wieder den Strom an. Also noch hoffälliger geht's nicht, oder? Das Licht. Fällt noch so ein... Drückt mich. Okay, wir gehen mal hier rein. Ist hier irgendwas tot? Eine Manuskriptseite, oje. Okay. Oh. Haben wir da jetzt echt zwei übersehen? Ach du Scheiße. Wake wird von Vögeln angegriffen. Ja, das haben wir im Traum auch schon gesehen. Ich hörte sie, bevor ich sie sah, wie sie vom Himmel schossen und kreischend näher kam. Ich wirbelte herum, gerade als die Wolke über mir war. Kurz starrte ich in hundert tote Augen, glitzernde schwarze Perlen in der Finsternis. Ich hob die Taschenlampe und der Schwarm explodierte wie ein Silvesterkracher. Federn verbrannten zur Asche. Ihre Schreie überdeckten meine eigenen. Ja, wahrscheinlich passiert das auch gleich. Was war das? Alter, ich kriege hier echt noch ein zu viel, aber eine Schrotflinte. Geiler Scheiß. Die sparen wir uns aber auf... Ne, 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 ne. Du wechselst schön jetzt Pistole. Das Gute ist, wir haben wieder einen unendlich großen Beutel, wo wir alles reinkriegen. Die Shotgun hebe ich mir auf für irgendwas böses, großes. Hier hat es eine Leiter. Hallo? Bevor ich das drücke, hole ich erstmal die Munition. Jawohl. So, wieder Maximum 42 Schuss. Und dann drücken wir mal... Bis... Holzhebelmaschine bewegen. Ah, ich verstehe. Wir machen hier quasi eine Brücke, hä? Zumindest sieht das so aus. So. Äh. Ah ja, deswegen die Leiter hier. Okay, bevor wir da hingehen aber, habe ich gesehen, hier hinten ist irgendwo eine Thermoskanne da. Na. So. Komisch, dass nicht mehr angezeigt wird, wie viel wir schon maximal haben. Ich gehe mal noch zur Sicherheit hier entlang. Auch wenn es hier mega düster ist. Aber hier scheint auch nichts mehr zu sein. Okay. Puh. Ja, ein bisschen... Ja, aber ich habe... Also, das erstaunt mich doch jetzt wirklich, wie viel Action wir hier haben. Und das ganze Zeug. Aber mal gucken, vielleicht gibt es ja noch ein paar... ruhige Passagen. So, zum Entspannen. Mal gucken. Super. Da steht doch was, oder? Was ist das? Dosen? Einfach nur Dosen. Schade. Ich dachte, irgendwelche Granaten. Aber es wäre zu viel verlangt. Das wäre auch ein bisschen komisch. Okay. Kontrollpunkt erreicht. Hier gibt es wieder Munition. Oh, schrottelt Munition. Nice. Und ein Radio. Ich war gerade frische Luft schnappen und ich sage euch, was für eine Nacht. Ihr liegt vermutlich fast alles schon im Bett, aber wenn ihr noch wach seid, gönnt euch was Gutes. Geht einfach kurz vor die Tür und atmet tief ein. Die Nacht ist absolut ruhig. Der Himmel kristallklar. Es ist, als würde auch der Wald ganz ruhig atmen. Ihr kennt mich als Nachteule. Und in Nächten wie dieser wünsche ich, dass ich nicht im Studio sitzen müsste. Da träumt ein alter Mann wie ich davon nochmal drauf loszuziehen. Aber ich bin hier. Und wer würde euch durch die Nacht begleiten, wenn ich dich... Oh, und anscheinend bin ich nicht der Einzige, der noch wach ist. Hallo, wen habe ich dran? Hallo, Pat. Hier ist Maurice Horton. Hallo, Maurice. Was machst du gerade? Also, ich war gerade mit Tobi Gassi. Ja, ist es nicht wunderbar draußen? Ja, klar. Aber, Pat, weshalb ich anrufe? Tobi hat etwas im Unterholz gewittert und ist losgerannt. Und jetzt ist er weg. War bestimmt ein Hase. Bestimmt. Tobi liebt Hasen. Na, bestimmt. Also, ich dachte, wenn irgendwer Tobi sieht, könnte er ihn einfangen. Meine Nummer steht auf dem Halsband. Ist Tobi ein lieber Hund? Oh, Tobi liebt Menschen. Für gewöhnlich kommt er zurückgelaufen, aber wir waren ziemlich weit weg und er ist einfach losgeprescht. Ein großartiger Hund, aber manchmal ist er etwas dumm. Ja, Maurice, jetzt haben wir es alle gehört. Ich hoffe, Tobi ist bald wieder da. Ja, danke, Pat. Gute Nacht, Maurice. Okay, ich weiß zwar jetzt nicht ganz, was das mit der ganzen Sache zu tun hat. Aber vielleicht finden wir ja gleich noch einen Hund hier irgendwo. Auf jeden Fall haben wir hier wieder eine schöne Kiste. Hoffentlich keine Pistolenmünze, sondern Schockermunition. Oh, noch besser. Jetzt haben wir schon zwei Schüsse Leuchtpistole. Sehr nice. Aber müssen wir mal abwägen, wann man die einsetzt. Ich fand bisher bei drei, wie wir hatten, mit drei hatten wir es schon zu tun gehabt. Ohne Leuchtpistole, es hat eigentlich ganz gut gekloppt. Und wieder eine Seite. Ja, anscheinend haben wir wohl wirklich zwei übersehen. Verdammt. Und ich frage mich, was dieses Symbol hier zu bedeuten hat. Das ärgert mich jetzt, dass wir das übersehen haben. Ich war einfach zu hektisch. Vor allem, wo war das im Haus? Hätte ich im Haus das irgendwo einsammeln können? Ich weiß es nicht. Ah, guck mal hier. Diese Seite ist im Schwierigkeitsmodus Albtrumpf. Alles klar, okay. Gut, dann haben wir so gesehen nur eine übersehen. Zunächst fand ich die Seiten wie zufällig. Das Buch, an das ich mich nicht erinnern konnte, war entweder eine schreckliche, wahre Prophezeiung oder ein Schöpfungsakt, der die Welt verändert hatte. Ich fing an, den Seiten nachzujagen, denn sie bagen die Antwort zu dem Rätsel. Mit ihr konnte ich mich retten. Mit ihr konnte ich Alice retten. Ja, okay. Ein kleiner Hoffnungsschimmer. Die Tankstelle war nah. Ihr Licht schien einladend durch die Dunkelheit. Oh, mach die besten Rantox im Stamm. Wo ist er? Der Magensprenger ist der Beste, gar keine Frage. Der Monster da kommt gleich danach. Der Star doch ist der Drittbeste. Na, wo ist... Alter, was ist mit der Maus los hier? Heilige Makrele. Ich bin mir nicht sicher. Rechts, links. Okay, jetzt bin ich mir gar nicht mehr sicher, was jetzt abgeht. Irgendwas sagt mir Rennen. Sackgesicht von hinten, hä? Das haben wir gern von hinten. Arme Leute von hinten stechen. Da kommt noch einer. I see you. Komm. Werfen kommt noch schon mal besser, hä? So, mein Freund. Die Musik sagt, da kommt noch mehr. Ich weiß zwar nicht, warum ich das jetzt einschalte, aber... Okay, weil es Licht gibt. Alles klar. Das ist immer gut. Oh, wir haben das Limit von Batterien erreicht. Krass. Okay. Uh. Au. Na, traut ihr euch? Okay, sie sind weg. Die Frage ist, kommen sie wieder, wenn ich wieder da langlaufe? Na, da kommen sie wieder. Ich renne, ich probiere es jetzt einfach aus. Alter, es sind vier Stück, oder wat? Na, die wollen hier nicht näher herankommen. Ich muss sie wahrscheinlich platt machen. Bei vier Stück. Oh, yes. Okay, wisst ihr was? Uh. Bam. Oh, yes. Vier Stück weniger. Ich hoffe, ich bereue es nicht, dass ich das jetzt verplembert habe. Ich bin mir auch nicht sicher, ob das so ein Spiel ist, wo man manchmal auch einfach nur wegrennen soll. Das Problem ist, ich weiß gar nicht, wohin. Was ist denn jetzt? Oh, scheiße. Ah, lad nach, lad nach. Okay. Scheiße, ich weiß nicht, wohin. Die Frage ist auch, kommen die Typen unendlich, oder gibt es hier einfach so eine, ne, T-Termoskanne. Oder gibt es hier quasi so ein Minimum? Oh, scheiße. Ei. Ha, toll. Der wird ja da scheiß Ausdauer, ey. Hihihi. Na, Feigling. Gut, einer, einer weniger zumindest durchs Licht. Oh, mein Herz. Okay. Die Tankstelle ist in die Richtung. Lust, wie komme ich da hin? Ich habe keine Ahnung. Ich weiß es echt nicht. Oh, warte mal. Safe Heaven. Na, toll. Ich habe eigentlich nichts anderes übrig, als jetzt hier hochzugehen. In der Hoffnung, dass jetzt die nicht schon wiederkommen. Also wegrennen ist hier... ist hier voll von Arsch. Da ist Licht. Da ist Licht. Ich sehe nichts, ich höre nichts. Da ist auch Licht. Oh, das sieht gut aus. Da ist das von der Manuskriptseite. Puh. Oh, so eine Manuskriptseite ist echt gut und zu entspannen. Betrat die Garage der Tankstelle. Dort war es dunkel und still. Es herrschte Chaos. Es sah aus, als habe jemand den Ort verwüstet. Als habe hier ein Kampf stattgefunden. Durch eine Hintertür drang Licht in den Raum und ich ging auf sie zu. Ohne Vorwarnung blendete mich ein grelles Licht. Ein alter, tragbarer Fernseher auf einem Regal war wie von selbst zum Leben erwacht. Es war unmöglich. Doch ich sah mich auf dem Bildschirm wie von Sinnen redend. Tja, also werden wir hier quasi schon eventuell vorgewarnt, wie es denn bei der Tankstelle aussieht. Und ich würde sagen, wir machen hier einen kleinen Cut rein und dann sehen wir uns gleich wieder. Untertitelung des ZDF.